hallo Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von ARK survival game ich bin der gute Sachse und ich spiel natürlich mit meinem schnucki jugelina allzeit bereit okay so in der letzten Folge wollte ich eigentlich was bauen aber ich habe ein Käfig gefunden gebaut und er ist eigentlich für meinen schnucki gedacht ja für dich ist zu dunkel oh das sind wir wieder dreckige Spielchen machen oder was ja ja wie schön cool meine Fakten verloren haha tschüssi jetzt musst du mich finden hast du dich versteckt ja ja jetzt wird sie alle Tiere verfolgen gell nein doch jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr und ich sehe dich ich sehe dich nicht wo bist du da oben scheiße schon gefunden na gut betäubungspfeil battle ok nein ich habe keine Pfeile dann mach dir welche dann mach ich dir welche nein so was machen wir jetzt äh Holz sammeln für fürs Boot ok man das geht aber fix hier ey fix Budde so äh Foundaschen wo sind sie Stroh ne Stroh will ich nicht Holz machen wir Holz auch dann mach ich doch auch einfach Holz wo ist es hä wo ist es ach da 80 brauche ich ok gut zu wissen dann bastel ich doch mal was also was brauchst du für wie breit sollte der sein so breit wie es geht mach Feuer oh ja wo ist meine Axt äh wo ist mein Dingens hm hab ich die nicht mehr oder was äh was äh suche ich Holz wieso habe ich keinen ähm keine Fackel mehr vielleicht ist kaputt nö die ist verschwunden hab ich die weggeworfen ich weiß auch nicht keine Ahnung äh Feuerstein und Stein ok Feuerstein und Stein Feuerstein und Stein wir brauchen noch was für E-Tag ich belege wieso bin so langsam jetzt weiß wieso warum weil du voll bist nein weil ich trage sehr viel ja ich meine vollgepackt mit sehr viel Zeugs mhm Gewicht nein brauche ich nicht wie viel wie viel Gewicht hast du überhaupt äh 120 wow du hast das doppelte ich weiß ich hab fast dreifache ich hab 300 mhm 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 ach jetzt hier ausdauer 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 komm ausdauer so dädädädädädädädädädädädädädädädädä boden aus dachbauen oder holzdach oder foundation account foundation foundation du kannst foundation kaufen kaufen warte mal du kann man hier dran bauen jetzt schau dir mal ähm nein kann ich nicht du mein schnucki dann machen es doch die Dächer machen wir ein Dach ja was war das Dach glaube ich man kann hier drauf stellen das war Dach und dann kann man da mal Dächer dran basteln warte mal kann man hä was ich kann glaube nicht Dach rein machen hä wie heißt das kann man da oben drauf gestellt ah oben drauf muss man machen ja und dann kann man da drum scheiße muss wieder weg das ist kacke das ist voll schief hm gefällt mir nicht das ist Müll so ein scheiß links und rechts und dann so in der Mitte und dann kann man da drum herum bauen muss man nochmal machen mhm na Petra alles klar bei dir Stein Fasern Stroh Holz ja das ist eine Foundation wo kommen die da her hm kein Holz da ok dann nicht äh da muss ich kloppen kannst du sagen wo ist unser Schiff unser Floß ja wieso ist weg oder was ja warum du bist weg bist du damit unterwegs nein wo bist du warum ist das weg was verarsch mich jetzt ich verarsche dich nicht wo bist du wo bist du hm keine ahnung da kommt er wieder ich war hinter den Stein ich hab mich versteckt ich seh schon so so du Rabauke mal runter da jetzt hm muss man irgendwie hier ordentlich machen fahrern nein hm man kann geht das auch so ja am besten so rum ich das sehen kann nicht dass ich da drauf setze so bleibt es dann nein ich glaub foundation muss ich drauf bauen ja aber ich muss ordentlich machen so hab ich jetzt einen gemacht ok die kommt jetzt daneben warte mal und dann jetzt noch hier welche hin und dann kann man da so Dächer drauf bauen und dann weiter ausbauen blub 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 wo ey ein boah boah haha wieso ich spreche so ha haha ich hab mich ja gerade was erwischt ähm ich wollte fischen guck mal ich hab einen Fisch gefunden boah der ist voll geil der ist voll blau wie geil der aussieht ey da muss man direkt ein Foto von machen da muss man direkt ein Foto von machen die Fodation hallo hallo boah ich hole noch einen pass auf ich nehme den großen da mit der Flosse dann ist ein Hai hm soll ich ihn wegklopfen der kommt bestimmt gleich zu mir schon tief hier echt ne dein ernst ich hab nie gedacht dass es so tief ist ich auch nicht wo ist der Fisch jetzt hin hä ach acht und hat hat da ich bin sie ich bin sie dann ich bin ich bin ich bin der wo er kommt auf mich zu wieso wir wollten doch auch eigentlich manheit haben oder ja aber wir brauchen müssen wir uns ausrüsten besser wieso musste nur anlocken und wir brauchen mehr pfeilen ja dann müssen wir uns pfeile machen aber er machen wir erst mal hier das hier flos das flösken das ich sollte da er kommt auf mich zu sagen du bist du gleich dort naja ich bin gleich wieder an land ein ding oder zwei haie geil mit zwei flossen heichen so ein leder ist kaputt da musst du reparieren keine ausdauer mehr ok oder jetzt ab also co2 zwei habe ich nur genug also tauchen kann ich echt ewig die ausdauer ist immer so fraglich heute wieder ab der scheiße macht boah aber wenn er einmal zu lang ist schon ordentlich ich glaube ich kann nicht nur also was wie kreis machen hier ich gehe mal zu essen machen nach habe ich noch zwei fleisch ich habe eine hose verloren ha 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 was ist die aussieht bobo und du sitzt auf meinem feuer ich habe hunger 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 nein achten ausgelockt schuldigung weißt du bist ausgelockt oder was ja versehentlich du hast mich enttäuscht schatzi wie immer wie immer wieder so wie wird er da Wollt nämlich auf die Options Äh, doppelt Äh Ich glaube jetzt nicht mehr So Hat Kapazin Äh, du Red ist ingame Ja, schon wieder So Hab ich noch Überhaupt Fleisch noch Ah, nein Ich hab die verwendet Schon den Fleisch Für den Unser Soldaten Äh 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 Das war's für heute. Oh, ich bin ein Schöpfe. Scheiße. Das hängt immer noch in der Luft. So. So. Ich weiß nicht, sind weiserlich. Ja, ja. Wie sieht's aus mit dem Floßnir? Ich hab keine Hose an. Egal. Auch keine Hose. Ja, ich hab keine Hose, brauche ich keine Hose, ja stimmt. Schnoki? Ja? Ich hab was für dich. Eine Hose für mich? Nein. Keine Hose. Was dann? Metall-Axt. Ja. Hier im Bergbank habe ich dir hergestellt. Dank Gott. Wie sieht's mit meiner Hose aus? Wieviel brauche ich? Dein Leder. Hm. Naja. Ist nicht so wild. Oh ja. So. Ja. So. 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 Ich glaube ich muss auf den Bot drauf gehen. Aber ich kann nicht springen. So. Jetzt. Zwei Leder. Nein, nein. Okay. So. Ich hab so viel blödsinniges Zeug wieder bei mir. Ja. Daran bin ich nicht schuld. Hm. Strohfasern. Ja. Mit der Metall-Achse geht es viel viel schneller, das zu bauen. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir eine Metall-PX. Äh. Metall. Was macht denn der da hinten? Wer? Ich? Ne. Unser Vogel. Au. Er hat nen Dodo angegriffen. Achso. Warum auch immer. Weil er hat Hunger wahrscheinlich. nicht. Greif dein Ziel an. Okay. Mach mal auf Passiv alles hier wieder. Warte. Auf Passiv. Okay. Der war nicht auf Passiv, sondern greift mein Ziel an. Hat nen bisschen rumgescherpackt. Welches Level bin ich jetzt? 25 glaube ich. 26. 26. 26. Boah. Hm. Okay. Film nur. Also geht schon groß hier, hm? Nur eigentlich eckig. Vorne hänger. Hm. Ein bisschen. Unsymmetrisch. Asymmetrisch. Ja, weil hier kann ich bauen, gell? Hast du jetzt das Ruder auch zugebaut? Ja. Das müsste schon frei sein. Sonst kann man nicht fahren mit dem Floß. Was? Doch. Äh. Wo? Warte mal. Musst du runter. Unter. Und wie einer fährt. Na, siehst du? Siehst du? Ja, aber da muss man ja von unten immer. Ja. Okay. Geht auch. Und dann bis oben drauf. Können wir auch ein Häusle bauen, ne? Ja. Ja. Ja, was? Sieg dich. Das ist ein Hai. Na gut. Ich bin wieder da. Gerade noch geschafft. Der ist direkt auf mich zugesteuert. Da, ey. Ich will einen eigenen Hai haben. Okay. Wow. Da läufst du ja. Ja. Wann kriege ich endlich meinen eigenen Hai? Hm? Ich bin dabei. So, ich mache jetzt Pfeile für den eigenen Hai. So. Gebeeren sammeln und mache Pfeile. Wie, 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 wie sieht's ja aus? Mit. Na, konnte Gott. Alles. Fleisch und so. Warte mal. Alles Fleisch. 50, 66. Dann müssen wir doch. Pfff. Komm, ich mache jetzt hier Pfeile. Pfeile machen. Ich brauche Pfeile, Pfeile, Pfeile. Zack. Und dann müssen wir das doch schaffen. Wenn wir genug Pfeile in den Balk schießen und dann mit genug Fleisch, dann müssen wir den noch irgendwie machen können. Ja, Stroh, Feuerstein und Fasern. Stroh, Feuerstein und Fasern. Haben wir doch genug hier, oder? Stroh. Eventuell unser kleines Tälchen hat die Fasern. So, Fasern. Den Akkotten müssen wir auch sammeln, gell? Ja, da ist da kein Ding. Das macht ja, äh, da sind noch... Dinge, das macht doch die Petra. Das Petra macht das doch. Ist doch gar keine... Acht Pfeile nur? Willst du mich verarschen? Warum braucht er so viel? Die sind nur 8. Äh! Zwei Stroh, ein Feuerstein, zwei Fasern. Ich hab doch viel mehr. Grüß! Ach so, ist die 8. Oh Mann, ich bin so dumm. Was hast du gemacht? Ich mach grad Pfeile. Schön. Die Pfeile kannst du machen, aber... Brauchen wir ja noch was anderes, gell? Ja, wir haben hier 66 Narkosemittel. Das musst du doch fast reichen, also... 22? Nein, niemals. Sie leben. Für uns beide nicht. So, wir haben hier Giftpfeile. Wie Giftpfeile? Alle herstellen. 38 Giftpfeile mach ich jetzt. Nein, Narkotik brauchen wir in Pfeile. Nicht Gift. Ja, ist doch Narkotik. Meine ich doch. Oh, nimm das nicht Giftpfeile. Ich hab gedacht, hörst du... Die Giftpfeile wirst du im Kinn nicht zähmeln. Nein, nein. Narkotik. Haben wir versprechert. Ah, hab ich bemerkt. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Fleisch. Viel Fisch. Fisch kann man jagen. Und, 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 ja. Was braucht ne Weile? Oh. Ja, wir können ja mal eine Aufnahmepause machen. Ah, jo. Pfeile hab ich gemacht. Und jetzt, in der nächsten Folge, werde ich noch ein bisschen Fleisch sammeln. Und dann werden wir mal gucken, ja, den, 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 so ne Heizeit haben. Vielleicht, ja. Und ich sammle Eis. Ja. Ja, mal sehen wir auf der Zeit einfach. Ja, ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Mah.